Hallo Nation, großes Talent von PSG kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf ein Talent von Paris Saint-Germain geworfen. Die Chancen des BVB stehen nicht schlecht, wie die französische. L'Equipe schreibt, will der BVB-Mittelfeldspieler Senni Majoulou aus der Pariser Talentschmiede verpflichten und den Deal in den kommenden Wochen abschließen. Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente von PSG und hat einen Vertrag bis 2024, sodass er im Sommer ablösefrei zur Verfügung stehen würde. Majoulou spielt für die U19-Mannschaft des französischen Meisters und traf in der UEFA Youth League sogar auf den BVB. Seit November trainiert er sogar mit Profis in den letzten Jahren. Wechselten mehrere Pariser Profis nach Dortmund, darunter den Axel Zagadou, Thomas Meunier, Sumaila Koulibaly und Abouli Kamara für die zweite Mannschaft der dritten Liga. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.